okay beide erwischt hätte ich jetzt nicht erwartet aber ich habe gedacht bevor ich erst den hund erschieße mache ich das so die frage ist ein fall kaputt gegangen oder ich liebe dass wir den bogen schießen ok scheint keiner zu sein da ist ein tape ein messer können wir das eigentlich jetzt auch noch verbessern ja sehr cool aber eine machete verbessern konnten das ist cool steht über zwei pfeile stand da gerade wenn wir die maritze verbessert ist keine ahnung bringt noch was so wie alkohol da muss ja eigentlich auch jemand drin sein jeder da habe ich dich genau so habe ich mir das vorgestellt hinten muss auch noch eine patrouille sein essen hier irgendwo mit hund ruhig genug auch gerade jemand hier hier na 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 bevor der raus geht hier reiche ihm hier hier knapp werden können wo ist der mit dem hund bäsch aber der wird bestimmt noch mal wieder kommen lange noch hier in den schränken gucken noch was eröffnen hier hier ich bin ja ich bin ja ich bin ja die ganze zeit wieder keine schroßlen munition nur hier was ist los antworten hier drüben ok, so hat er den Fabian nie mehr wow, verdammt war ja eine gute ja komm schon steh mal auf, was machst du hier einer fehlt noch ich glaube sie ist in die Richtung scheiße bricht sie findet sie und bringt sie um da komm schon so, das war es mit den loadlosen Kills irgendwie ne da unten ist noch jemand ich würde auch gehen da sieht sie irgendjemand so so, der Fall ist kaputt gegangen eine Person müsste noch da sein mindestens eine hast du nicht hu langsam es sind ja noch mehr oh, verdammt wie viele sind denn das hm kann das ein bisschen mehr Munition sein dafür, dass hier so viele Gegner sind guck mal da ist ein mini-kit dann kann man das mal eben für nutzen erstmal geiler erinnern eher der Arm ging durch den Tisch da war eben eigentlich weil ich keine Munition dafür habe entscheidet der Hersteller, damit ich wieder Material einsammeln kann so Pfeile kann ich natürlich auch herstellen kann ich vielleicht auch machen wenn ich die dann doch brauche hier war noch irgendwo hier ist noch nicht eine Schussweite nur weil der Hund das erschnüffelt hat auch teile 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 alles her alles her das war doch eben noch eine hier unten das ist die Person das ist eine Schere das ist eine Schere das ist eine Schere die Schere brauchen wir nicht da da war die Schere da ist eine Person da ist eine Person seht ihr sie? scheiße, ihr habt sie noch nicht? hier ist rein gar nichts hier ist nichts zu sehen zur Hölle steckt sie da ist nicht klar da ist nicht ich hab dich auch du bist glaub ich jetzt hier was Okay, ist einfach gestorben. Ich wollte keine Emulsion an den Verbalanz. So, hier ist kein Pfeil mehr zu holen. Ah, meine ganzen Pfeile immer verbraucht. Den Misskerl hier. Ah, guck mal. Mal wieder ein bisschen Munition. Ist nachgeladen? Nein. Das seht ihr trotzdem schon als voll. Okay. Wo muss ich mich heilen? Ja, komm, komm, wir machen. Es ist ja eh gerade eins umsonst hier. Können wir uns auch voll heilen. So, mal wieder ein paar Teile. Papier muss ich runter. Und da gucken wir natürlich erstmal noch, was hier noch so gibt. Aber es war gerade ein bisschen anders gelaufen, als ich eigentlich gewollt hatte. Ich wollte den Typen da mit dem Pfeil erschießen. Und dann ist aber genau in dem Moment der Hund da in den Weg gelaufen. Ja, dann habe ich den Hund getroffen. Und das hat der halt gemerkt. Und dann bin ich aufgeflogen. War so nicht geplant. Hat aber auch funktioniert. Ah, schoßen wir hin, Munition. Aber ein Pfeil ist hin. Okay, hat das zu ein, zwei Geschosse? Müssen wir noch hochkommen, oder? Hier ist nämlich keine Treppe. Hat aber auch kein Clou daraus. Da hinten will ich mal noch hingehen. Hier bin ich, glaube ich, noch nicht drin gewesen. Bin jetzt gar nicht sicher. Na. Denn dann habe ich auf jeden Fall hier Revolver-Munitionen nicht gebraucht gehabt. Der ist nachgeladen. Ich brauche mal eben die Dreischuss nachgeladen. So. Bogen. Ja, komm. Kein einzigen Gefeil mehr, ne? Sollten wir Pfeile machen. Gerade meine schönen, lautlosen Kills, äh, Waffen. Haben. Keine Munition. Okay, hier war auch nichts mehr an. Ah, doch, da. Schere. Da will ich auch gerne noch gucken. Ähm. Nach Teilen. Die ich eventuell da noch nicht einsammeln konnte. So, das war die Garage. Das war die Brasche. Dann glaube ich. Habe ich alles. Schuppen kommen wir nicht rein. Da sind wir gewesen. Und hier war auch nichts mehr. Okay, da sind erstmal nur zwei. Wir werden holen die so viele Leute für einen Eindringling. Wegen der scheiß Schule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Wer ist hier? Er ist in der Kauz da rein. Weiter. Los. Sie haben. Sollen wir mithelfen? Nein. Seht hier. Stellung halten. Kein Wort. Okay, okay. Was ist die denn? Geh weiter. Okay. Der Hund muss ich jetzt auch denken. Hä? Alle tot. Verdammt. Wo hat die mich gesehen? Sie dachte, sie hat mich. Aber hat sie gar nicht. Verdammt. Du gehst in falsche Taste. Auch erledigt. Diese lautlose Kills ist einfach das Beste. Kostet sich keine Munition. Und ja. Die kriegen sich halt nicht so leicht. Also immer lustig. Die laufen hier mit Waffen rum. Und wenn sie mich sehen würden, würden sie auf mich schießen. Aber sie lassen nichts fallen. Okay. Alter, der Wohnwagen irgendwie. Geber interessant. Nein. Besser nicht. Und das ist ja. Und dann ist ja. Dating. Das ist ja.